Du wirst dumm, süchtig und schizophren. Das sind zumindest die Aussagen, die Leute oft über die Kanna-Pflanze raushauen. Dabei gibt es zig Trillionen Anwendungen für diese Pflanze. Sei es im Bereich Industrie, Freizeit oder Medizin. Also lass uns hier mal ein bisschen aufräumen und einfach mal Klartext reden. Denn ich bin seit 2021 im Kanna-Game mit unserer Kanna-Gruppe Symbiotik und wir sind in allen drei Bereichen tätig. Und ich sage immer und immer wieder, ich bin erstaunt, wie viel ich Woche für Woche aufs Neue lerne. Was ich alles über diese Pflanze herausfinde, ist einfach mindblowing. Und starten wir da einfach mal mit den Basics. Denn was viele nämlich gar nicht wissen, ist, dass dein Körper ein System hat. Ein System, das speziell dafür gemacht wird, mit Kanna zu kommunizieren. Und dieser Bote ist verantwortlich für Dinge, wie deine Stimmung, deinen Appetit oder wie du Schmerzen fühlst. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Denn genau dieses System ist auch der Grund, warum Kanna in so vielen Bereichen eine Wirkung entfaltet. Also kommen wir zu dem Teil, wo die meisten denken, Kanna gäbe es nur als Genussmittel. Sei es zur Entspannung oder auch aus anderen Gründen. Und ganz klar, ist THC enthalten, ist die Wirkung auch nicht zu leugnen. Aber was viele nicht wissen, es gibt Unterschiede in der Art und Weise, wie Kanna konsumiert wird und welche Wirkung es letztendlich hat. Es zu inhalieren, ist so ganz klar nicht dasselbe, wie wenn du es isst. Und jeder Weg hat seine Vor- und Nachteile. Weswegen wir auch ganz easy zum Thema Kanna als Medizin übergehen können. Denn Kanna kann mehr als nur Rausch. Und das ist, wo die Diskussion wirklich erst richtig los geht. Weil die Mehrheit eben daran denkt, wie es dich einfach nur high macht. Aber wie kann es dann sein, dass es tatsächlich in der Medizin eine ganze breite Palette an Einsatzmöglichkeiten hat? Ich meine, wusstest du zum Beispiel, dass CBD als Bestandteil von Kanna bei schweren Epilepsien eingesetzt wird? So hilft es ganz klar dabei, Anfälle zu reduzieren. Während der THC-Anteil von Kanna derjenige ist, der psychoaktiv ist. So wird zum Beispiel für Krebspatienten bei einer Anwendung der Segen sein, weil es den Appetit anregt und Übelkeit reduziert. Aber wie bei allem, die Dosis macht das Gift. Und der jeweilige Arzt sollte hier die Angaben machen. Weswegen halt auch immer wieder die Frage bei gesundheitlichen Auswirkungen lautet, ist jetzt Kanna ein Fluch oder ein Segen? Und natürlich, für jeden individuellen Körper hat Kanna auch seine Nebenwirkungen. Und während es auf der einen Seite den einen Wohlbefinden steigern kann, gibt es bei der anderen Seite auch letztendlich Risiken, die man beachten muss. Kanna kann so deine Herzfrequenz erhöhen und langfristig könnte es dein Herz-Kreislauf-System belasten. Und nicht zu vergessen die kognitiven Funktionen. Vor allem das Kurzzeitgedächtnis kann bei häufigen Konsum leiden. Deswegen ganz klar, die Dosis macht hier das Gift. Aber, was auch viele nicht wissen, eine tödliche Überdosis ist praktisch unmöglich. Weil eben die Rezeptoren, die dafür verantwortlich wären, nicht in den lebenswichtigen Teilen deines Gehirns sitzen. Also an sich keine Panik an dieser Stelle, aber eben auch kein Freifahrtschein. Und da die Diskussion in diesem Thema extrem, ich sag mal, aufreizend ist, wird ein extrem spannender Bereich in der Gesellschaft oft beiseite gelegt. Und das ist eben auch ein ganz großer Teil, den wir innerhalb unserer Gruppe abdecken, den Industriehanf. Und da muss man ganz klar sagen, da ist die Pflanze ein Alleskönner. Aus den Fasern werden Lebensmittel, Textilien und sogar Baustoffe hergestellt. Und das Beste? Industriehanf ist nachhaltig und wächst unglaublich schnell. Und es macht den Boden, in dem es wächst, besser. Und auf jede Pflanze, die da gepflanzt wird, kompensiert man 1,6 Tonnen CO2 auf jede Tonne Biomasse. Hier zeigt sich also nicht nur, wie vielseitig diese Pflanze wirklich ist, sondern auch, wie verdammt gut sie für die Umwelt ist. Und das gibt doch einen schönen Blick in die Zukunft, oder? Kann er kann also nicht nur in der Freizeit beliebt sein, sondern auch in der Medizin und in der Industrie. Besonders für Menschen, die an chronischen Krankheiten leiden, ob Schmerzen, Angstzustände oder andere Beschwerden. Kann er kann also eine echte Hilfe sein. Aber, und das ist eben auch der Ton dieses Videos, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Informiere dich gut, bevor es zu medizinischen Zwecken eingesetzt wird. Und da kommen eben wir ins Spiel. Bei Symbiotik decken wir alle drei Bereiche ab. Industriehanf, Medizinal und Konsumkaner. Wenn du also Interesse hast, am Potenzial dieser Pflanze mitzuwirken, findest du die Links im Profil. Bleib neugierig, informiere dich und pass verdammt nochmal auf dich auf. Und wenn du mehr wissen willst, lass einen Kommentar da und vergiss nicht zu liken und zu folgen. Denn für das Potenzial der Pflanze und für eine gute, gemeinsame und vor allem aufgeklärte Zukunft.